Hi, mein Name ist Steffen Jung und Musik ist das, was mich seit Jahren bewegt. Ich habe mich oft gefragt, warum ich überhaupt Musik mache. Braucht es noch mehr Musiker? Eigentlich gibt es so viele Musiker. Und heute weiß ich, dass das Ziel von mir ist, live dazustehen und den Zuschauern ein Gefühl mitzugeben, sei es die Message, so viel vor, sei es die Message von nie mehr, lass dir nie mehr sagen, dass du was nicht schaffen kannst. Und wenn auch nur eine Sache bei den Zuschauern ankommt und irgendwas bewirkt, dann habe ich für mich das Ziel erfüllt. Bitte sag mir, dass du weißt, wie es läuft. Bitte sag mir nie mehr, nie mehr. Ich soll aufhören zu träumen. Egal was ich versuch, mache keinen Halt. Mal bin ich im Flugballe feinfallen. Bitte sag mir nie mehr, nie mehr. Heute kann ich sagen, dass alles, was besonders war, die besonderen Momente in meinem Leben, hatten immer was mit Musik zu tun. Bei dir, bei dir, krieg ich keine Luft mehr, weil du mir den Atem rauchst. Bei dir, bei dir, fass ich mir ein Herz und brech aus meinem Alltag aus. Bei dir, bei dir. Alles, was Musik nochmal echt klingen lässt, was im Studio ja oft so ein bisschen verloren geht, das kommt live nochmal mit auf die Bühne. Das ist so eine Power, so eine Energie und das macht live auch so besonders bei uns. Von der Besetzung und vom Sound geht das von akustisch, ganz zart, ganz leicht, bis hin zu volle Section, volle Band. Das ist auch das Schöne, dass alle Songs in den verschiedenen Variationen einfach super funktionieren. Und wenn ihr Lust habt auf eine Live-Show, die für mich persönlich viel, viel mehr ist, als nur Musik zu machen, als auf der Bühne zu stehen und das Programm abzuliefern, sondern vielmehr eine Message zu vermitteln, irgendwas rüberzubringen, ein Gefühl weiterzugeben, dann sind wir gerne bei euch am Start.